Das Thema Umweltschutz ist eines der wichtigsten Themen, über die derzeit weltweit diskutiert wird. Die Meere sind voller Plastik, die Böden und die Luft sind verseucht. Schüler demonstrieren jeden Freitag gegen diese Missstände und möchten, dass Maßnahmen ergriffen werden. Das Umweltbewusstsein steigt. In den islamischen Quellen wird der Mensch immer wieder auf seine Verantwortung gegenüber der Schöpfung hingewiesen. Wir des Forum Dialog freuen uns, in unsere neue Veranstaltungsreihe Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Islam vorstellen zu dürfen. In diesem Projekt werden wir sowohl die globalen Auswirkungen unseres Konsums als auch die Folgen der globalen Entwicklung betrachten und uns spezifisch mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur im Islam beschäftigen. Wir freuen uns, Sie auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen und mit Ihnen über dieses spannende Thema zu sprechen. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020